wo habe ich denn jetzt meine ganzen sachen jetzt hier muss ich noch mal kurz weg gehen weil ich habe die platte vergessen hier beizubringen wirklich und heute heute geht es ja um eine platte geht's hallo leute draußen an den radio geräten ich bin ein bisschen rot beziehungsweise ich bin ein bisschen soft spotted aber das ist irgendwie so ich will es jetzt nicht verändern weil das licht die ganze zeit ein bisschen schwierig war pass schiebt es so jetzt hinter mir der boys in leather and lace ich kann mich ein bisschen also hier willkommen draußen an den radio geräten und ja das interessante ist jetzt ein hatte ich noch ich hatte noch einen und ich habe jetzt die ganzen tage überlegt ich habe es euch nur nicht gesagt in meinen letzten nachtgesprächen weil ich nicht genau wusste und ich wollte nicht schon wieder irgendwas sagen was ich dann vielleicht nicht schaffe review besprechung wie immer man das nennen möchte von einer band die ich von anfang an verfolge es gibt ein paar black metal bands wie gruna zum beispiel aus australien von denen ihr das ja wisst die ständig im munde führe ist auch diese band die jetzt aus kanada ist eine band die von anfang an verfolge die gibt seit 2015 stammt aus quebec in kanada und man muss sehr aufpassen wenn man jetzt einfach nur sie als kanadier bezeichnet die quebecois szene die sehen sich nicht als kanadier was dazu führt dass wir diesen begriff quebecois metal noir bekommen haben also den black metal direkt aus quebec und auch wenn quebec in kanada liegt zeichnet sich quebec doch dadurch aus dass dort die französische minderheit also eine französischsprachige minderheit sozusagen existiert und die immer wieder mit separatisten sachen in verbindung gebracht werden ähnlich wie es basken land oder was in spanien abgeht mit katalonien oder schottland oder bei uns die bayern wenn es auch unter ferner liefen ist was die bayern zu machen aber nur damit ihr euch vorstellen könnt worum es da eigentlich bei quebec geht das in kanada liegt aber die quebec quebecaner sich nicht unbedingt als kanadier bezeichnen und so ist auch die szene die quebecois szene eine französischsprachige fort rest zum beispiel monarch die großen black metal bands aus quebec die bekannten es gibt natürlich doch viel viel mehr chasse galerie zum beispiel und unendlich viele die auch darauf wert legen eben in ihrer französischen muttersprache zu sprechen und sich hauptsächlich mit der folklore und der landschaft um quebec herum beschäftigen in ihrer thematik und ihren texten jetzt hat man natürlich öfters mal in europa ist es manchmal schwierig wir neigen ja mit unseren europazentrismus manchmal dazu dinge die in der welt geschehen sozusagen europazentrisch durch diese brille zu sehen und man sollte sich da man sollte da ein bisschen vorsichtig sein weil ich auch schon in früheren musik gazetten dann und scheiß auf musik gazetten wirklich in diesem fall auch wieder gesehen habe dass die leute einfach zu dumm sind irgendwie zu begreifen was es ist in quebec sind diese französische minderheit die tatsächlich auch von den englischsprachigen von kanada selbst von der regierung immer wieder diskriminiert wurde und dort wirklich unerhebliche schwierigkeiten haben als menschen zweiter klasse behandelt wurden ähnlich wie die ureinwohner in kanada also kanada in kanada auch wenn es einen positiven charakter hat und viele leute positiv über kanada denken gibt es natürlich auch diese extreme schattenseite und von dem her wird das verständlich was in quebec vielleicht politisch da auch irgendwie gedacht wird dass sie sich unabhängig machen wollen wollten lange zeit war das mords humoren nur damit ihr den ich will jetzt nicht politisch werden nur damit er den hintergrund ein bisschen begreift und hier in europa dann halt immer gleich irgendwie diese leute die ihr kulturgut schützen wollen in eine ecke gedrängt werden wie es bei uns ja mit unserer panik kultur und unter dem reaktionismus gerade hier in deutschland zum beispiel ja wie man das eben merken kann so jetzt haben wir genug gequatscht über die hintergründe und jetzt kommen wir zur band spectral wound ist das die haben ihr viertes album am start und spectral wound kommen eben aus quebec aber sie machen dinge anders als ihre quebec kollegen nämlich singen sie erst einmal in englisch das ist das neue album ich wollte eben auf die platte warten jetzt habe ich den namen vergessen genau songs of blood and maya das ist die vierte album und in endeffekt ist das cover schon ein bisschen angelehnt wieder an das an das vorläufer album hier diabolic thirst hier habe ich leider nur die cd das ist irgendwie ein cooles ding das hätte ich gerne als platte gehabt und warum habe ich die nur als cd während ich eigentlich den rest wie hier auch die infernal dekadenz auf platte habe ja ich habe gepennt ich habe mir die damals kaufen wollen als platte aber da war die schon ausverkauft und diesmal habe ich gleich zugeschlagen weil heutzutage ist ja immer alles limitiert man sollte sich also nicht zu viel zeit lassen und so ist die platte die die diabolic diabolic thirst nur als cd in meiner sammlung gelandet was ich auch nur meiner frau zu verdanken habe weil ich hätte noch länger gewartet und sie hat gesagt du bestellst jetzt sofort die cd und dann habe ich zumindest die cd bestellt ja auf jeden fall habe ich hier gleich die platte zu mir zugelegt und im hintergrund seht ihr die band aber hier seht ihr sie nochmal ja und es ist immer man kann sich jetzt darüber streiten ob das jetzt einfach irgendwie albern ist heutzutage noch irgendwie so rum zu rennen aber hier steht ja die schöne kanadische landschaft hier ein hügel hier eine hütte was aber noch naja und hier ein bisschen gestreut so und dazwischen sind halt die typen großartig weil ja so muss es halt irgendwie auch sehen das gehört ja irgendwie auch dazu und spectral wohnen seit 2015 am start und das hier ist wirklich die haben sich wirklich von album zu album ja auch zu dem entwickelt was sie heute sind oder was sie auch schon auf diabolic thirst sind aber wenn man so diese krassen entwicklungen von album zu album hört das hört man ja jetzt auch nicht manche verfeinern von einem album zum anderen eventuell gar nichts die bleiben sich treu wie zum beispiel horner horner haben ja in diesem jahr auch ein neues album rausgebracht und ich glaube die haben mittlerweile schon was weiß ich eine menge die haben haben die schon 20 album die gibt es ja auch schon seit den 90er jahren die sind ja wirklich unfassbar produktiv mit splits und allem und die haben im endeffekt außer den moderneren produktionstechniken die sie nutzen gar nichts verändert es gibt jetzt in der black metal community natürlich leute die genau das wollen die sagen eben wir sind so konservativ wir wollen wir wollen das was wir erwarten von band xy wir wollen nicht dass dieser sound sich verändert und dann gibt es natürlich die die community die sagt es ist ja langweilig immer dasselbe album reproduziert zu hören aber da gibt es grenzen welche einflüsse nimmt man mit rein damit einem die 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 fans nicht davonlaufen oder irgendwas maulen anfangen das ist immer irgendwie schwierig bei spectral wound ist es jetzt natürlich so die singen erstens mal englisch das haben sie früher nicht immer gemacht also sie haben auch auf terra nulla ein oder zwei lieder französisch gesungen haben auch schwedische begriffe zum beispiel in ihren lyriks verwendet das ist hier jetzt alles fort das ist hier war auch auf der diabolic thirst schon alles fort die singen in englisch hat natürlich auch den hintergrund dass nicht alle mitglieder der band französische der französischen sprache mächtig sind da ist jetzt zum beispiel auch in diesem dingens der dingens dabei der andreas arango der andreas arango der stammt aus kolumbien der spielt gitarre aber auch erst zeit auf dieser scheibe also früher gab es einen anderen gitarristen aber aus kolumbien kolumbien spricht man jetzt nicht unbedingt französisch den kennt ihr übrigens weil er der gitarrist von kuschma ist und von rosa mystica und der live gitarrist von pagan alter also der sollte euch was sagen das ist die verbindung in die offene welt kann man sozusagen sagen wenn black metal immer noch in der gute black metal nicht der mainstream black metal immer noch ein bisschen underground ist und das gilt auch für spektral wound obwohl sie im moment das absolute flaggschiff sind kanadischen black metals und sie orientieren sich teilweise hört man also man hört nicht wirklich dass sie aus quebec sind die jedes land hat ja so eine spezifikation und auch wenn es unterschiedlich wenn die bands unterschiedlich klingen bestes beispiel norwegen natürlich klingen die bands unterschiedlich also nur mortal klingen nicht wie satyricon und emperor und so weiter jeder hat schon ein gewisses trademark bis auf die aber tausenden die dann genauso klingen wie alle anderen aber das sind bands die uns ja nicht interessieren uns interessieren uns ja die besonderen bands und gerade im black metal muss man natürlich viel viel graben viel viel geduld haben weil 99 prozent einfach dreck ist oder beziehungsweise andere sachen nachmachen wollen oder einfach nur spaß am lärm zu machen ohne innovation ohne dass sie irgendwie was von musik verstehen und die großartigsten black metal bands da draußen heute und da gibt es natürlich eine menge die haben ein unfassbares musikverständnis das den black metal selbst über den metal hinaus hebt und schon an gleicher stelle steht wie viele klassische komponisten oder jazz komponisten rat die schlagzeuger die unglaubliches leisten und hier geht es nicht um die geschwindigkeit weil geschwindigkeit da in der heutigen zeit kann eine maschine noch schneller sein als ein mensch das ist eine schöne spielerei aber qualität hat ja nie was mit geschwindigkeit zu tun das ist auch oft der irrtum gewesen früher wenn man so die irgendwie märmsdienst da draußen herumgekniedelt herumkniedeln hörte und es geht noch schneller und noch schneller dieses gefrickelt das hat aber nichts damit zu tun dass es ein guter gitarrist ist die leute lassen sich von so einer show natürlich immer gern augen wischen das ist es nicht also was wirklich wichtig ist man merkt es im kontrapunkt zum beispiel es gibt natürlich bands die ihren hypnotischen sound aufbauen wollen wie die alten tags und nehmen wir mal das klassische beispiel der transylvanian hunger das ja immer im effekt das gleiche spielt aber hier geht es um die produktion erst mal um das kongeniale riff um die produktion selber diese völlige lofi geschichte die dann einen hypnotischen teppich erzeugt das machen natürlich auch andere es machen ja nicht nur da und dann gibt es eben diejenigen heutzutage wo es man sich fragt ob das wirklich noch was mit black metal zu tun hat die auch von der thematik her weiter weiter weg sind und sehr viele progressive elemente zum beispiel in ihre arbeit mit hinein basteln und beim prog ist es natürlich schwierig was ist denn progressiv eine musik die sich wandelt die weiter geht auch hier das ist mit sicherheit keine keine prog metal band oder kein kein prog der in diesem black metal von spectral wound zu finden ist aber man merkt dass diese band progresst sie schreitet weiter und selbst die diabolical diabolic thirst die ist ja das ist ja furios spectral wound sind dafür bekannt in ihrer vergangenheit dass sie furios vor los marschieren ohne ende und hier haben haben sie das natürlich auch ihre ganzen trademarks hinter aber sie sind verfeinert das songwriting ist verfeinert und es ist hier einfach nur ganz ganz grandios und es ist nicht umsonst dass man jetzt schon sagen kann das ist mit sicherheit eine der besten black metal veröffentlichungen 2024 wird auf vielen listen mit sicherheit das album das black metal album des jahres sein ich kann das noch nicht sagen bei mir ist es ja so ich habe ja auch in der halbjahreswertung da habe ich schon dödsritt zum beispiel genannt und verschiedene sachen im halben jahr habe ich immer schwierigkeiten so gleich irgendwas zu zücken die alben sind relativ frisch ich habe sie nur vier fünf sechs mal gehört ich kann mir noch keine schlussendliche meinung bilden und umso länger das jahr dann andauert und andere sachen kommen die ich dann als vergleich her ziehen kann ist es dann doch so dass ich das dass ich mich wunder was ich dann in der halbjahreswertung eigentlich von mir gegeben habe dieser schnelle diese schnelle begeisterung die natürlich auch genauso schnell wieder nachlassen kann und bereits jetzt im oktober würde meine halbjahreswertung komplett anders aussehen und es kommen ja noch ein paar monate es gibt ja noch ein paar es ist eigentlich nicht mehr viel aber es kommen mit sicherheit noch ein paar und dann kann sich wieder alles verändern spectral wound ja ich wusste dass es die dass die kommen und die haben wirklich also dass es aber so ein starkes album wird ich mochte spectral wound immer auch die diabolic first spectral wound sind eine bank aber hier haben sie wirklich natürlich sie orientieren sich ein bisschen an diesem finnischen diese finnische melodie gab es wie ich schon sagte die hören sich jetzt nicht wirklich an wie eine typische kanadische quebec band obwohl da natürlich wenn man genau zuhört und man muss schon ein kenner der kanadischen szene sein dass man hier diese viele fenstchen hört aber man hört es man hört schon dass sie aus quebec sind es gibt kleine einschläge aber es gibt eben auch sehr sehr viel finnisch orientierte also was die melodien die rasende geschwindigkeit und die melodien betrifft die sind eher finnisch geprägt vielleicht auch ein bisschen schwedisch geprägt norwegen würde ich jetzt ja ausschlag aus aus ausklammern mit ihrer mit dieser rauheit die die norweger an sich verkörpern und dieser brutalität die brutalität ist hier eine melodien gabe und was spectral wound eben auch anders macht als andere black metal bands sie haben ihr einfluss ist wirklich auch weitreichend zum beispiel auch ingmar bergmann sie haben zum beispiel lyrisch und thematisch irgendwie sind ingmar bergmann der große große schwedische filmemacher von dem man viel zu wenig redet der diesen nihilismus der hat ja irgendwann bergmann hat mit seinen schwarz weiß filmen ist halt so arthaus zeug aber er hat mit seinen schwarz weiß verfilmungen verfilmungen sehr philosophisch die lehre des menschen beziehungsweise die suche des menschen in einer sinnentleerten welt immer irgendwie mehr oder weniger thematisiert oder was es bedeutet mensch zu sein in einer sinnentleerten welt und das ist natürlich ein hervorragendes thema und da sieht man wieder dass die die größten black metal bands die intelligentesten musiker auch sind nicht nur hier und da wirklich die besten musiker die wirklich dinge können die ein normalsterblicher oder normal metal hat jetzt gar nicht kann oder kennt oder vielleicht auch das publikum gar nicht will früher war es natürlich bei gorgorod und so weiter üblich zum beispiel oder bei vielen deutschen bands ist es auch üblich so diese nietzsche thematik zum beispiel zu verwenden ist ein klassiker lovecraft ist ein klassiker nihilismus ist ein klassiker und was mir eben gefällt an der heutigen zeit am heutigen black metal also am peak ist dass dieses 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 juvenile beziehungsweise dieses platte satans gekröle das spaß machen kann wenn zum beispiel midnight sowas macht oder früher venom gemacht haben dann weiß man dass es spaß ist aber wenn eine band kommt die das dann echt allen ernstes dir verkaufen wollen dass sie das glauben oder dass sie das leben dann steige ich irgendwie aus weil man merkt die sind halt einfach noch ein bisschen hängen geblieben sind noch junge leute wahrscheinlich und die haben halt den geist noch nicht aber die besten denker und die besten musiker die gehen weg die gehen in diesen nihilismus in dieses philosophische in diese dunkelheit was bedeutet es überhaupt dunkel zu sein sinnentleerte welt zu haben sich diesen diese diesen denkprozess der existenz zu durchdenken auch musikalisch und es gefällt mir auch zum beispiel wie denen ihre songs heißen zum beispiel natürlich fevers and suffering das ist jetzt irgendwie was klassisch aber dann hier der zweite song at wine dark midnight in the moldering halls zur weindunklen mitternacht in den ja zerfallenen hallen das ist ein wirklich total lyrischer begriff at wine dark midnight in the moldering halls wie geil ist das denn und dann kommt wieder was eher witziges was absurdes aristocratic suicidal black metal das ist vielleicht ein bisschen mit den augenzwinkern dann the horn marauding also marauding das das geplünderte horn less and less human oh savage spirit also immer weniger menschlich oh du wilder geist also savage people wilder geist so ursprung der menschheit a coin upon the tongue also eine münze auf der zunge so hat man früher die toten bestattet damit sie die münze hatten für karon den fährmann der ein über den über den sticks gefahren hat ins totenreich also ihr merkt schon da ist eine bildsprache drin die dunkle bildsprache allein in der lyrik und dann 12 moons in hell also aber jetzt wissen wir es scheinen zwölf monde in der hölle und das sind alles überschriften die mich natürlich grippen weil es nicht einfach nur irgendwas ist sondern weil man dann die lust hat die lyriks zu lesen weil sie so eben lyrisch sind und die musik auch sie ist vor jose aus hell von der ersten minute an die haben downbeats auch drin die haben diese unfassbaren kopftöne zum beispiel in ihrem tremolo massaker dass sie wirklich haben unter jonas der sänger der bettet sich ein es gibt der black metal bands da wo der sänger alles niederkreischt und die gitarren und die band sie zu sagen begleiten aber jonas oder jona der der bettet sich ein in die mitten der gitarren so dass vielleicht manche sagen ja der gesang könnte ein bisschen weiter vorgemischt sein aber mir ist er gerade recht weil dieses gesamtbild von dieser produktion die übrigens hervorragend ist ja das ist eben das was eine band ausmacht wenn jemand alleine alles spielt dann hat er natürlich immer auch das problem dass er sich konzentriert auf die gitarre und auf den gesang und schlagzeug und bass ist absolutes nebenwerk das ist ja bei dem black metal bekannt und deswegen kann man hier auch alleine spielen aber wenn die band spielt dann merkt man dieses fieber dieses ineinander ineinander meandern von verschiedenen charakteren das kann man eben auch musikalisch hören und hier sind hard rock passagen natürlich alles schön down getunt und alles schön im black metal style vorgetragen aber es hat den gewissen groove es hat einen gewissen rock'n'roll es ist auch am klassischen metal orientiert wenn auch das natürlich wahnsinnig furios vorgetragen ist und es ist von von der ersten bis zur letzten zeile einfach ein ganz großartiges album und das wollte ich euch jetzt noch mit geben ich weiß nicht wo das am ende stehen wird aber ich glaube schon dass das hier ganz ganz oben steht es ist auf jeden fall mittlerweile für mich auch ein anwärter auf das album des jahres wobei ich sagen muss ich muss das ja mittlerweile ein bisschen trennen weil wir machen das ja bei der crossroad oft so wir schmeißen die dinge durcheinander wir haben dann black metal und doom metal und alles mögliche beieinander das ist schon in ordnung das funktioniert bloß teilweise nicht also man müsste im endeffekt eine liste machen extreme metal top ten und das andere vor allem weil bei mir ja eben auch so der doom der arcane doom im vordergrund steht was ich suche bis zur psyche delica der end 60er jahre und auf der anderen seite eben der extreme metal hauptsächlich der black metal aber da auch wieder eigentlich arcan obwohl es jetzt hier nicht arcan in dem sinne ist es ist ein hervorragendes werk ein meisterwerk ich darf das sagen auch wenn das wort immer wieder unnötig von anderen verwendet wird das ist hier ist ein meisterwerk so was denkt ihr über spectral wound kennt ihr das wollt ihr es anhören sagt mir was in den kommentaren wenn ihr lust habt und ich hoffe wir sehen uns eines tages wieder keep on rockin und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal